assalamu alaikum meine lieben das sieht schon mal aus dass es nicht pizza ohne salsa ist oh sieht gut aus you wash your hands und was ist hier das ist eine pizza pizza papa pizza papa echt jetzt für sie für sie nicht für mich, für sie drei ja seit wann haben sie vier Tage wir müssen diese Leute unterstützen ich werde nicht mehr kuchen das ist es ich unterstütze sie natürlich wieder fast food, nicht gut für mich aber mit Ketchup also es ist super Pizza, kann ich nicht sagen und schmeckt richtig lecker ich kann es nicht glauben ich freue mich noch ja das Leben kommt zurück zu mir, ich kann alles gut du hast mir ins Restaurant gebracht wie viel ist das das ist das super 50 Pfund sag mal das sind 2 Euro 3 Euro 50 ich kann gar nicht 3 Euro ich habe mich busy gemacht, als er gesagt hat, gibs Geld also ihr habt gut Zeit gerade ich höre was an ich habe mich werte das wohl nicht ihr habt problem but they have a good medicine it is work in five seconds and you have to take it now I take it and now it's everything is okay was my voice if somebody needs this medicine he sent for me a message in the video I will think to give it because this is something top secret not everybody can get it easy and I make it by my hand and he must come to Egypt and buy it only from me and today I make trip with Heidi and Jack I make this trip especially for them not for me I don't need to go looking for the gum it's growing or not oh yeah this is my life I make everything for everybody and the life is full quiet in the farmers it's waiting for the time to open the sugar company in the planning it will open in the 25th of December but it's not fixing till now we will see and today I make the big round because Mr. Jack he has not rope I cannot fix him and let him the other side he will destroy the farm for the other people and can be will be a problem but what you say about this medicine it's working full fast super medicine and this old grass the cleaning every year from this cleaning the from this water area this what you see now here this all this is taking the water from the farm from the two sides it's that not barking in the ground and multi later this was really something good from the government after this doing it's the acid it's working better in this two sides and also the people use it take water for the farm from this earth side ah it's not bad but this ugly plants are at all growing you know among this tree the four the 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 und diese Bereich hier für die für die Asab von der Sugar Company aber sie werden bald arbeiten um es in diese Richtung und auch in die Aluminium und auch von hier und ich schreie jetzt und ich gehe auf die andere Seite die ich versuche ein wenig bis ich auf die Farbe hier ist die Helbe hier ist die Helbe Sie wissen, es ist gut nicht nur die Asab auf dem Weg nach allen fünf Jahren die Asab Sie müssen Helbe gamm oder irgendwelche wie wir sagen die die drei, vier, fünf Monate die Erde verändert sich selbst nicht Alatul Asab wenn Sie die Alatul Asab nach 10-15 Jahren die Erde wird voll gammel die Erde wird gut aber Sie müssen es verändern wir sagen etwas für die Sonne es ist frei wenn Sie machen diese planten wir sagen free free farm aber Sie wissen die Asab ist sehr easy Ding was macht und die letzte die Erde wird hart das ist das ist voll stress aber die Leute nur für die 11 Monate und hier ist Helbe die Leute bringen die 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 Kaka von den Wäldern, nachdem er die Farma weggebracht hat, er hat ihn in der Erde und das ist ein Mann mit einem Schiff Er machte auch Fosha, wie ich, für die Schiff back saa waaleikum trabs coming from everywhere iya ja jack Mr jacquine jacquine is happy today for this walking al lang Wenn wir eine Brücke wie die anderen werden, werden wir auf der Farm 10 Minuten oder 15 Minuten ein paar Monate vor, aber jemand hat versucht, eine Brücke zu machen in diesem Bereich. Anyway, ich war klein, das war 10 Jahre alt. Das ist neu hier. 15 Jahre alt. Ja. Und wir bringen auch die Asap von dort zu diesem Bereich, die ich euch gezeigt habe. Es ist voll und weit entfernt. Jetzt kommt die Charaktere von dem Feld und geht es und geht es. Diese Straße war wirklich toll für die Farmer, zu kommen wie das. Es war voll stress. Und zu haben eine Auto mit einem Iron von der Regierung, zu bringen die Asap zu der Schokoladen. Du musst die Städte für die Arbeit, um die Asap zu bringen, in dieser Auto zu bringen. Und das ist die Hölle Nummer 1. Um es zu bringen, von diesem Haus bis hier, oder zu bleiben mit jemandem, wir waren in dieser Haus, in unserer Farm. Und du hast alles in deinem Körper, in deinem Körper. Vielleicht kommt jemand mit dir, um zu helfen. Und du musst auch zurückkommen. Oh, es war schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich habe das gemacht. die Stadt. wenn ich nachdem, ich in der Schule bin, habe ich auf die Hordade, von der Schnellen. Ja. Es war echt voll hart. Und du hast einen Salz, von der Haus, von der Karte, um hier zu der Farmer, musst du nur mit der Dunkel fahren, wie ein meter per die Straße vor, before this river, here. And this one meter is full of water. Every time you slide with the donkey, you must jump, you fell down. You must carry it like five, ten meter in your shoulder that you enter this wet area because the donkey cannot walk with salt and also was not this car, what we have now, this Hadid car. It's also helping. You can put three, four, five, six and hang in the donkey and drive everywhere you want it. It was only the donkey and even was no motorcycle like now. You can bring a motorcycle. You cannot come here also from the no way. Yes, it was really, the life is was for the farmer. It was full-hearted, really. Yeah, we can bring, we was bringing like three, five salt in two days to come here. every day, we bring one, one, two. Yeah. And Helba here, our neighbor is here. He sell his asap also, this five Dan. And he bring it, he make it gamma. I don't know, he rent it or he what. But, because also his asap was full, ugly. Yeah. And also, we make this farm also gamma. He make beans or full and also he don't give a fuck and also looking full yellow, full ugly. I will show you just five minutes. I fix Heidi that they can walk. Well, la yallah, we walk together, Heidi. We have time. You can see from here. But for you, you cannot see in the video. This black. This is like illness. La, 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 la. Don't eat this. Not healthy for you. This was it. My neighbor also, he make here persim. The half from the street. And the rest, gamh. And up from the other side, persim. Because them also work here around this area every day for them easy. After he finish the work, he come take his persim. Because Khadiga, she told me that he make persim here more. I refuse it because it is far away from me. Full stress. To come to take from here persim. Kuli, 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 kuli. Shuaia here looking bitter. But also, he must make Shuaia toxic. That is, the animals go away from here. It's not working. What he did with Heidi. And you see, you see, you see. Check. The straw, but not much. Mashi, until I come. Do auch. I must go fast. To check. You see. You see. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. This area, we still not make the plantations because before we do it, it's getting wet from the neighbor you have to make make it tiny von der Haus, von der Feldtanne. Wir bringen Wasser hier in unserer Small River und wir machen es, Insha'Allah, zwei, drei Wochen. Aber hier ist es gut. Adiga ist das Mann auch, aber er macht Barseem hier. Er wohnt hier auf der anderen Seite. 50 Meter von hier. Und dieser Mann, neben uns, hat ein Toro-Sickel. Auch. Für ihn ist es einfach. Er kommt von oben. Er kommt von dort. Und er cut seine Barseem und er ist weg. Das ist kein Stress für ihn. Nicht wie ich. Mit Heidi kommen wir in der Morgen. Wir leben in der Nacht. Bis zum Schluss. 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 Der Heber sieht, dass das Feld aufgerüstet ist. Nicht mein. Für ihn. Oh, oh! Ja. 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 Das ist Helba, dieser Mann, wir sagen hier in unserer Stadt, in unserer Stadt, er ist ein bestaarmer, nicht der hat die Erde, sondern der Mann, der macht die Pläne, weil es hier nicht erinnert. Jeder will, wenn er eine gute Fläte gibt, gute Korn gibt, erinnert oder die Erinnerung mit dieser Mann. Er ist ein Profi, besonders mit Helba, mit Gumm, mit Kurumb, Beans Any vegetable small He make it super 3-4 months Plants Make yourself Shuaia beautiful Und er sagt von wo Okay Mahmoud is back from the field Das war so im Video Und inshallah will ich auch ein bisschen Bersin wieder Bananaman Weil wir haben jetzt auch ein Pferd Der hat das ganze Tippen verkauft Der hat aber noch nicht gewusst Also das Stroh Dass wir ein Pferd haben Ist alles weg Aber wir haben dafür Mais And you sell the Mais also? Nein Also wir haben jetzt 3 3 Säcke Mais With the corn or Magshusha With the corn I bring it to the I bring one before Okay And how many Säcke We get Magshusha The same You have 5 You get 5 Also das ganze Feld Is 6 Säcke 5 Säcke For you But you share it 10 Säcke Also 10 Säcke Mais If you want Säcke in the side For the corn For the infest Also 11 Säcke Okay Leute Da seht ihr mal So viel Arbeit Dann hast du noch 5 Säcke Fertig And we finish already 3 And we start from number 4 So fast The number 4 What I bring to the machine Before yesterday I make it ready And I use Shoei For the rest For the rest Hat schon 4 Säcke Verbraucht Ja gut Wir haben auch viele Viecher Die brauchen das Okay Habibi Danke für das Video Danke für die Hilfe Bis die Tage Bye Bye And you can do this often Du kannst mehr oft Jack und Gassi Gassi gehen Bissle raus Mit der Heidi And show us Jack more It's so funny How he walk after you Inshallah Sweetie Ohne Leine Ohne nichts Der voller Oder Mama Inshallah Nur letztes Mal Ich habe abgehauen Und ich komme zurück Nach Hause Every week We make one time trip Yes Make a trip Inshallah Okay Bye Bye Bye